Heute ist der sechste, zweite und haha ich habe ja ja ich habe schon wieder das bestellt, sorry, woher entschuldigt ich mich da eigentlich? Und das erste Zeug ist schon da, mal sehen, weil einer der Gründe ist dafür, dass bei Season 6 ist, Wer erschossen ist da bei uns Part 1? Und Part 2, wieso sieht meine Nase so, guck mal schau was, Part 2 ist auf Season 7, toll gemacht, wieder mal, Season 3 wie auch bestellt, warum? Naja, da ist zum Beispiel, da ist noch mal der Halbbruder mit dabei, die erste Geschichte mit dem Halbbruder habe ich bei einer anderen Season und bei Season 3, es kann nur in Season 1 oder 2 sein, jemals in Season 3 kommt dann der Halbbruder nochmal zurück und möchte dann mit einer großen Erfindung wieder berühmt werden, weil er beim ersten Treffen mit Huma, hat Huma ja sein Leben versaut. Er hat ihn ja um seine Millionen gebracht, dieses hässliche Auto, so, äh, wer soll das kaufen? Naja, also Season 3 und Season 7 kommen, mit der jetzt Seenstelle im Februar dann jetzt noch mit. Heute ist der 9. und ich war gerade auf dem Weg zu meiner Oma zum Café. Heute ist der 10. und 2. und es kam mir jetzt richtig raus, ich habe nur einen grünen, nur das war so ein psychologisches Kuchen, dass es auch so ist, es sieht nicht danach aus, ich muss mal gucken. So Romy, schön ist der. Heute ist der 10. und 2. und es kam mir jetzt richtig raus, aber also, ich sehe das sind sie schon, das Buch von Victor Hugo. Naja, und noch was anderes, also, aber das zeige ich euch hier dann alles, wenn alles da ist. Ich mache es erst mal nur spannend für euch, damit er mir an den Lippen hängt. Ja, es ist morgens 10 Uhr 17, jetzt kam der Rest noch, und ich gehe jetzt mal schlafen, ich habe noch nicht geschlafen. Oh mein Gott, das habe ich, ich hatte die Schlimme befürchten, dass das passieren könnte, aber es ist ja wenigstens noch passiert, also, als ich noch nicht gelegen habe, aber jetzt lege ich mich mal hin. Willkommen zum Video mit dem Thema Amazon Bestellung Februar, genau. So ein Momento. Okay, ähm, ja, ich habe diesen Monat schon wieder was bestellt, oh mein Gott, naja, gut. Äh, womit fange ich jetzt an? Ich auch nicht. Okay, jetzt zum ersten Mal einen Film, der sehr gut ist, wo ich aber, also gelesen habe, dass die Produktion ziemlich schwierig war, weil Michael Crichton das Buch geschrieben, und ähm, da gab es wohl hinter den Kulissen ein paar Probleme, zwischen Michael Crichton, dem Autor und John McTiernan, dem Regisseur, erstaunlich finde ich, dass man bei dem Film das nicht mal so gut, nicht mal so ansieht, dass es da Probleme gab, aber, naja, ein paar Sachen sind da schon so, Beispiel zuerst das Ende, wo ich mir denke, das war's jetzt, naja, gut, also es geht um der 13. Krieger, mit Antonio Banderas. Sehr geiler Film, sehr geiler Film, John McTiernan hat's ja drauf, man muss ja sagen, John McTiernan als Regisseur sowieso hat was drauf. Ein Film, wo ich dann nochmal nachgeguckt habe, oh, die DVD ist ja doch vernünftig, es gibt doch eine 2Disc Special Edition, so, ich habe den zweiten Teil schon auf DVD, äh, jetzt schon ein paar Jahre, und, weil ich dachte mal, die DVD ist gar nicht so gut, die ist doch ganz gut, das ist eine 2Disc Special Edition, verschiedenen Specials, wie ihr da sehen könnt, also, ach ja, doch ganz gut. Äh, dann filmt den ich gar nicht, also ich weiß, dass der Film gut ist, aber noch nicht, ich kann nichts weiter dazu, ich habe den noch nie gesehen, aber der ist von Francis Ford Coppola mit Jim Heckman, der Dialog. Oh, das ist, glaube ich, sehr gut, weil es geht um einen Typen der belauschten Familie, dann hört er etwas seltsam, oh, da ist halt sofort so mit dabei, oh, der Kommentar, Interview mit Jim Heckman, oh, der Kommentar von Francis Ford Coppola, der Dialog, bestimmt sehr geil, geht ja auch wieder in den, äh, Geimdienst. Und dann, äh, ein Film, sehr geil, kenne ich schon, der ist schon, also, kenne ich schon sehr lange, und dann gab es von diesem Film mal eine richtig gute DVD, so eine Dreierbox-DVD, und zwar, Al Pacino, Johnny Depp, in einer DVD, wo die langfassen und die kinofassen raus, von Donny Bresco. Und eine positive Sache muss ich ja mal sagen, es ist ein DVD von Turbine Media Group, weil von Turbine Media Group, die gehören irgendwie zu Tele 5 oder so, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, habe ich schon The Texas Chainsaw Massacre, das Original, Staying, Stary Eyes, Stary Eyes, und jetzt Donny Bresco. Und, das muss ich noch besorgen, also ich habe nochmal nachgeguckt, von Turbine, Turbine, gibt es auch, ähm, eine vernünftige DVD zu dem Film Death Machine, mit zum allerersten Mal Informationen zum Film, zur Filmproduktion, da muss man aber gucken, welche DVD man da besorgt, aber, es gibt eine vernünftige DVD zu dem Film Death Machine, mit hinterher Informationen von Turbine Media Group, die sollte man sich besorgen. Dann, einer der gelungensten Filme, eine wirklich gelungene Verfilmung von, einer Geschichte von, äh, Stephen King, wenn ich sage, Tom Hanks, wüsste schon, was ich meine, oder? Da muss man nichts mehr zu sagen. Der Green Mile, äh, auch als Special Edition, in der Film geht wie lang nochmal? 188 Minuten, alter Schwede. Ich bin immer interessiert, einen Hintergrund zu filmen, und, Gott sei Dank gibt es ja die Firma, Oh, die, 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 die Maus, Maus oder Ratte, ist so, ach ja, die Maus war alles. Die ist da zu sehen. Auf der Schulter von Tom Hanks sitzt die Maus. Ähm, von Warner, was wollte ich jetzt sagen? Dann, den habe ich schon gesehen, denke ich mir an, also, die, meinst du, es kommt ja schon ein bisschen zeitiger. Sehr guter Film, ey, von Francis Ford Cobble, ob das ein Zufall ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich den da ausgesucht, da wurde mir ein anderer Film gezeigt von Francis Ford, aber ich weiß es nicht. Geiler Film mit Damon, Danny DeVito, Claire Danes, John White. Der Regenmacher. Und es ist die richtige DVD, weil das Cover sah mal anders aus. Ich habe Beruf, die wir nochmal angeguckt, das ist das Richtige. Die Interviews habe ich mal angeguckt, die sind ganz interessant. Nicht so viele Specials, aber der Film ist ja auch schon seit ein paar Jahren auf dem Buckel. Der Regenmacher, sehr geil. Äh, dann, okay, also, der Film ist nicht so gut. Es ist sehr weit hergeholt, zu sagen, der Film wäre irgendwie gut gemacht. Aber irgendwie hat der Film was. Außerdem ist der Film auf jeden Fall her eigentlich mal ungeschnitten. Aber, aha! Es ist am 18 und ist ja endlich mal ungeschnitten. Diesen Film kenne ich schon lange. Ich habe damals bei VOX das Making-of gesehen, habe mir dann die VHS gekauft, aber damals war ich noch nicht so mit, da war ich noch nicht so, da war ich noch nicht so hinterher mit dem Film und habe mir noch nicht so Gedanken gemacht. Dann habe ich nachgeguckt und habe gesehen, oh, man könnte diesen, also ich habe dann auch gesehen, dass es groß geschnittene Szenen gab und so, bei dieser geschnittenen 16er-Fassung, die ich damals gekauft habe. Großer Fehler. Und deswegen habe ich jetzt dann doch nochmal die DVD von einem doch mittelmäßigen Film geholt. Aber bei manchen mache ich dann noch eine Ausnahme, weil eigentlich kaufe ich nur noch die DVD von sehr guten Filmen, weil das sind sonst zu viele. Aber ich habe ja auch Der Hexenclub und Konstantin werde ich mir noch besorgen. Nicht so gute Filme, also. Und zwar Spawn. Sehr gutes Making-of-Stars darauf. Interview mit Todd McFarlane ist da drauf mit, also das ist der, der das Comic gezeichnet hat für Spawn. Sehr interessant. Davon soll es eine Neuverfilmung geben mit, ähm, Scheiße, wie heißt der Schauspieler? Jamie Foxx ist mir eingefallen. Und zwar soll von Spawn eine Neuverfilmung geben mit Jamie Foxx. Ich weiß zwar nicht, ob McFarlane das gut finden, weil er ist ja sehr überzeugt von dem Film. Okay, ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich sagen muss, ja, ich habe es wieder getan. Haha. The Simpsons. Season 3. Warum eigentlich? Also einer der Gründe ist, dass hier der Halbbruder wieder da ist. Der vermisste Halbbruder kommt da zurück wegen der Erfindung. Da kriegt doch dann irgendwie, Du kriegst doch Geld. Ja, blöd. Das Geld, um, ähm, eine Erfindung zu erfinden. Genau. Dann ist auch noch eine geile Folge, weil die ist schon so alt, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und zwar hier. Wer andere einen Brunnen gräbt, wo Bart da in den Brunnen reinfällt. Schon lange nicht mehr gesehen. Und eine Halloween-Folge, Albträume. Sehr gut. Ein Flug auf Flenders, das muss ich noch gucken. Das ist bestimmt gut. Also wie gesagt, lohnt sich. Season 3. Dann Season 7. Weil ja, weil Season 6, Wer schoss, Mr. Burns, Part 1 nur drauf ist. Da habe ich ja fast gekotzt, ey. Das war ja zum Kotzen, ey. So eine Scheiße, ey. Was soll das, ey? Wahrscheinlich war das genau in der Sommerpause, denn das ist schön ausgenutzt. Wie bei Akte X damals, wo Mulder ermordet wurde und dann... Oh, war gar nicht Mulder. Haha. Disc 1, Wer erschoss, Mr. Burns, Teil 2. Bei Disc 2 ist es so, dass tatsächlich, da sind sogar zwei Folgen, die mir gar nicht gefallen. In einer Disc. Das kann ganz super sein. Entweder hatten ich keine Ideen mehr, die Planung war beschissen oder... Weiß ich nicht, was da kein Problem gab. Jedenfalls ist bei Disc 2 einmal der behinderte Humor und das schwarze Schaf. Das sind zwei Folgen, die ich gar nicht so gut finde. Da passiert nichts noch nicht viel in den Folgen. Aber auf das 2 ist das auch noch die 138. Episode. Eine Sondervorstellung sind dabei. Ein Sommer für Lisas zum Beispiel. Wo die sich da verändert und dann kriegt die echte Freunde und... Und Bart versaut das dann wieder alles. Lisa als Vegetarier, wo Lisa das Schwein entführt und dann... Marge aus purer Gewohnheit, dass Bart nochmal scheißes Bart ruft. Bart! Und Bart steht daneben. Wieso? Ich habe gar nicht gemacht. Die Panik-Horror-Show. Ist das nicht auch ne... So, warte mal. Ist das nicht auch ne... Halloween-Folge? Man! Genau! Achso! Ja, das ist aber von... Das ist aber Disc 1. Die Bösen Nachbarn. Ist auch bei... Äh... Season... 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 Season 7 dabei. Äh... Wo Bart sich damit... Dings einlegt. Ex-Präsident George W. Bush. Puh! Auch sehr geil. Achso! Und hier, äh... Bei... Wer fand Itchy & Scratchy ist auch noch bei... Season... Season 7. Äh... Bei... Wer fand Itchy & Scratchy endet doch die Folge mit diesem Ding hier, ne? Mit diesen zwei komischen Bart und Lisa, ne? Und... Da fand ich das immer irgendwie sehr spannend, dass plötzlich so eine komische Figur aufkreuzt. Und ich habe mich mal gefragt, woher kommt diese komische Bartfigur? Äh... Jetzt wo ich die Simpsons etwas besser kenne und die anderen Folgen gesehen habe, weiß ich ja... Das sind Bart und Lisa von Season 1. Und somit ist die Frage geklärt und es muss keiner... Also da habe ich mir... Als es für mich noch nicht geklärt hat, habe ich mir gedacht, das wäre gar nicht so schlecht, wenn die mal... Dann nochmal eine Folge machen, um aufzuklären, wenn die Figur ist. Jetzt... Wiss ich ja, wer das... Naja, gut. Brauchen sie also nicht mehr machen. So, dann habe ich noch Bücher bestellt. Ähm... Victor Hugo, der... Glöckler von Notre Dame. Weil ich... Von ihm ja schon... Was habe... Und zwar... Victor Hugo, der lachende Mann und die Elenden. Und das... Damit hat es angefangen. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Eine sehr interessante Geschichte. Darauf bin ich gekommen. Durch das Buch von James Ellroy, die schwarze Dahlia. Da wurde das erwähnt. Dann habe ich das mal gesucht. Naja. Und dann habe ich ein Buch besorgt. Weil das gibt es schon... Es gibt es schon eine Weile. Pearl Harbor, wie die amerikanische Regierung den Angriff provozierte und 2476 ihre Bürger sterben ließ. Jetzt. Mit dieser Bestellung habe ich dieses Buch bestellt. Sodomy. Äh... Und es ist tatsächlich... Es gehört tatsächlich zur selben Reihe. Weil ich habe da wahrscheinlich ein Buch... Also das war wirklich das Psychologische natürlich. Das Problem der Tüttelungssammlung beim Mörder zur Psychologie des Mordes. Ne? Und jetzt habe ich das bestellt. Das Blaue ist von jetzt. Und es ist tatsächlich dasselbe Symbol da unten. Ob das auch Psychologischer Natur ist, weiß ich nicht. Sodomy kann ich nicht genau sagen. Aber... Das muss das gewesen sein. Oh! Da ist ja mal keine Musik dabei. Ja, reicht doch erstmal. Ich höre immer noch Kalibern. Ja. Aber dann also krischere ich alles lese. Okay. Dann